Also nur noch vier plus Torhüter bei Kroatien und jetzt wird es natürlich extrem hitzig. Unparteiischen sind gefordert und ich glaube man hat es gesehen da sind jetzt auch Getränkebecher geflogen gibt den videobeweis anders als beim fußball gibt es keine schiedsrichter die von außen eingreifen und das element ins spiel bringen können das können nur diejenigen die für die partie verantwortlich sind nämlich diese beiden in dieser begegnung und die wollen sich das jetzt noch mal angucken die frage steht im raum ob es eine rote karte gibt Also Mahe bekommt den ball und dann ist es ein sagen wir mal überaus energisches heraustreten von Mandic der da mit beiden händen voraus in richtung Mahe geht und mich würde es nicht wundern wenn jetzt die rote karte gezeigt wird keine chance auf den ball das hatte dann schon den charakter einer attacke und damit war das eine gefährdung der gesundheit des gegenspielers die beiden bewerten das auch als schlag als attacke geben bandisch die rote karte und zeigen hinterher die blaue karte das ist etwas was jetzt nicht so häufig der fall ist anders als im fußball gibt es häufiger eine rote karte im handball jahr aber die blaue ist dann doch eher selten bedeutet dass es da noch nachspiel gibt dass da noch geprüft wird ob es eine längere sperre für david mandic geben wird